Hey Freunde, was geht ab? Heute zu meinem zweiten Let's Play Kinect, ähm, jetzt hab ich den Namen vergessen, Kinect Adventures, ähm, heute will ich wieder freies Spiel spielen, ähm, wenn ihr gerade denkt, ich bleib so ruhig hier, aber das ist so, weil er springt gerade wieder, so, ich möchte bitte freies Spiel spielen, hallo, nein, ich möchte auch nicht im Schlaf die Uhr spielen, und, ähm, Entschuldigung, wenn ihr gerade denkt, ich bin so dumm und tue da die ganze Zeit viel so, schmeißen, hallo, hallo, ich bin doch da, hallo, sieht man mich hier nicht mehr, ja, okay, das ist noch ein schöner Fail, komm, wir spielen, na geht doch, komm, ich möchte jetzt freiespielen, ja, ja, es geht, juhu, dann haben wir natürlich 20.000 Likes vielleicht, zum Beispiel mal Wöllige Höhlen, haben wir noch nie gespielt, hab ich selber, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie gespielt, das sollte eigentlich schwer sein, aber hier ist es angeblich irgendwie mittelschwer oder so, keine Ahnung, was das hier ist, so, wir spielen jetzt mal das dann, wir müssen wieder Fluss zu Hause, und, hier kommt bitte die Erklärung, ja, so, überspringen, komm, auf, ich möchte bitte überspringen, na geht doch, was, na geht doch, oh, seht ihr, wie die mir schon allzu jubeln, hallo, ich möchte hochspringen, hallo, ich möchte hochspringen, hallo, ich möchte hochspringen, hallo, liebe Kinex Sports, okay, das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber, okay, das ist auch nicht, aber, okay, das ist eigentlich auch nicht, was macht der Junge da, ich bin doch nicht so verrückt und tanze auf dem Boot rum, ja, hey, ich glaube irgendwie, das tut heute gut, okay, nee, das war jetzt eine falsche Vermutung, tut mir leid, Freunde, was, was, wieso flippt der schon wieder aus, was macht der denn, oh, vier Marken, hui, vier A's, A-A's, komm, 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 oh, take a photo, komm, ich will wieder hochfahren, kann man wieder hochfahren, nee, okay, das war jetzt auch ein Fell, oh, es liegt ein Deckel, ich möchte da hoch rüpfen, mein Lieber, oh, das wäre so cool gewesen, wenn wir da oben wären, jetzt sind wir halt leider nicht, das war eine schöne fällige Runde, aber, ist ja egal, scheiß drauf, oh, 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 jetzt bin ich richtig gut, oh, 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 jetzt geht's aber ab, zocke ich die, die Menschen hier noch alle ab, wieso Entity, boah, das ist auch so ein fälliges Spiel, du, weißt du, der möchte mal nur hochspringen und dann kommt der gleich wieder in die Defizierung, als irgendwas, als hätte ich irgendwas verbrochen, ja, oh nein, ich bin aber auch echt schlecht, ich könnte gerne in die Kommentare reinschreiben, ich habe jetzt schon die Kampfe aufgegeben, dass ich so schlecht bin, oh, da kommt jetzt ein Schräge, oh, 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 tut mir leid, wenn ihr nicht so viel seht, aber es ist mal sehr dunkel, oh, jetzt kommt wieder ein Schräge, jetzt, boah, ich bin auch so schlecht, wenn ich gleich da bin, dann bin ich sowas von der Maßen weggelöst, Was ist das jetzt für ein Fail? Komm, auf, auf, auf. Was? Ich möchte durchhüpfen. Oh, gleiches Ziel, dann mache ich gleich wieder ein kleines Schnittchen. Oh, Freunde, 47, ja, das ist mal richtig viel. So, nein, ich möchte beenden. Nein, ich möchte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte fail jetzt nicht. Ja, ja, es geht. Ich bin so glücklich. Dann spielen wir jetzt mal 20.000 nicht Legs, sondern Likes natürlich. Ich hoffe aber auch nicht, dass es leckt. Ich weiß aber nicht, wie es ist. Okay, ich glaube, das ist irgendwie scheiße. Ja, Leg Ahoi. Ah. Also, ich will jetzt mal 20.000 Likes. Das Video bekommt natürlich auch 20.000 Likes, oder? So, überspringen. Hallo? Ich möchte das gerne überspringen, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Hallo, ich möchte das gerne überspringen, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Hallo? Ich möchte das gerne überspringen, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Hallo, kann ich das jetzt bitte mal überspringen? Ja. Nein, geh doch da runter. Hand! Du nervst. Nein, ich möchte doch jetzt nicht... Nein, ich möchte doch keine Entklärung haben. Oh, ich glaube, da müsst ihr die Löcher stopfen. Also, pro Loch gibt's ein Like. Oh, da kommt das, der Fetti. Komm. Ja. Seht, wie gut ich bin. Oh. Hallo. Hallo, ich möchte bitte... Ah. Komm, Fuß davor. Braver Kleiner. Brav bist du. Ganz brav. Das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Wieso habe ich das noch nicht gespielt? Ich möchte nur meine Hand darunter tun. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, hier auch, ja. Boah, hier nervt auch ein bisschen die kleinen Fische. Könnt ihr eigentlich nicht woanders dagegen stoßen, zum Beispiel gegen den Heide vorne. Gute Arbeit, seht ihr? Was, Welle 2? Ich dachte, das ist schon eine Saus. Nachdem ist außerdem die Folge aus, Freunde. Gell? Nachdem ist die Folge aus. Also, tut mir leid. Aber dann ist es natürlich auch schon wieder aus. Oder vielleicht hier an die Hater, vielleicht, die freuen sich wahrscheinlich dann. Komm, komm, komm. Drück an das Loch. Ja. Komm schon, Grät, von da unten. Hallo, ich möchte... Hallo? Schau mal, wie der tanzt. Seht ihr, wie der tanzt? Ich möchte bitte das Loch stopfen. Schau mal, mein Fuß ist doch schon da auf dem Loch drauf. Hallo? Na, geht doch. Schau mal, wie der tanzt. Der ist richtig verrückt. Hallo? Nein, der Timer, der Timer. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Geil. Oh, gute Arbeit. Gut Arbeit. Gut Arbeit. Welle 3. Oh, jetzt kommt wieder fett und jetzt wieder fett. Komm, 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 komm. Oh, der geht richtig ab, der Junge. Hier ist mein richtig geiler Styler. Hallo, ich möchte die... Ah! Da seht ihr, wie gut ich bin. Hallo, ich möchte... Hallo? Hallo? Das wäre vielleicht ein bisschen cool. Boah, das ist gerade Polizei vorbeigefahren. Das wäre vielleicht ein bisschen... Ich fahre gerade mal an meiner Haustür einfach mal Polizei vorbeigefahren. Hallo? 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 Unterbrochen? Wieso unterbrochen? Ich flipp gleich aus. Das ist so unterbrochen. Hallo, ich möchte das Loch stopfen. Hallo? Hallo? Ich möchte vielleicht das Loch stopfen. Hallo? 3, 2, 1. Komm, komm, komm. Was macht der? Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.